Hallo ihr Lieben, ein herzliches Willkommen zurück auf Cytoxians, ähm, der Real Life mit Emi. Und Mama. Cool. So, dann wollen wir hier mal wieder raus. Da ist irgendwo ein Enderfutz, aber der kann Enderfutz bleiben, das ist mir egal. Kannst du mal eben kurz gucken, ach, gab es die Abrechnung zwischendrin? Ach ja, genau, hier, Jobabrechnung. Okay. Wie viel hast du? 3,85 kann ich abholen. Ich kann, bei mir wird das nicht mal angezeigt. Ich weiß nicht, nee, hier, neuer Verdienst 18,18 kann ich mir abholen. Und abzuholen der Verdienst? Steht doch da 18,18. Und was ist das hier? Was bedeutet das? Keine Ahnung. Das ist das, was ich mir schon abgeholt habe, oder, ähm, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ach, naja, das kriegen wir schon irgendwie alles raus. Vielleicht muss ich da, äh, mal lesen. Ich muss mal gucken, ob es auf, äh, sytoxin.de eine Erklärung zu gibt. Kannst du doch mal eben schnell schauen, auf welcher Ebene wir sind? Ähm. Das wäre toll. Ebene auf Block und dann zwölf. Zwölf, mhm. F3. So. Kommst du zu mir? Äh, ja, du bist beim Enderfurtz, der dich komisch anguckt. Der, der interessiert sich nicht für mich. Du solltest dich hier nicht schubsen. Vorsicht. Ich will's abbauen. Ja. Damit ich auch mehr verdiene. Oh, scheiße. Äh, Lichtback, da ist Lava. Vorsicht. Ich weiß. Deswegen hab's ich in den Skelett... Oh. Ups. Das wollte ich nicht. So, jetzt krieg ich Essensprobleme. Ich auch. Ich hab nur noch zwei. Ich hab keins mehr. Wir sollten also dann, denk ich mal, wieder an die Oberfläche und, äh, schauen, dass wir auch ein paar Schweine oder sowas finden und dass wir uns Essen machen können. Ja. Wollen wir uns hochbuddeln? Nehmen wir auch gleich ein bisschen Ressourcen mit oder willst du, ähm, dich porten? Das darfst du entscheiden. Gut, dann komm. Du machst Licht hinter mir. Wo bist du denn? Na, ich bin auf dem Weg nach oben. Ich hab kein Licht. Aber ich mach mir Licht. Du brauchst ja nur zwei Fackeln oder so. Kannst, brauchst, kannst du ja immer wieder mitnehmen. Mann. Das war jetzt, äh, kurz, wirklich viel zu dunkel. Ich hab gar nichts gesehen. Sag Bescheid. Schön wär's, wenn du erst neues Licht machst und dann, äh, das wegnimmst. Guck mal, hier ist Eisen. Uh, du hast Eisen gefunden. Ja. Ich hab da auf jeden Fall mehr stehen als du. Und ich bin auch Jäger. Tja. Ich hab ne Fackel getropt. Und da unten liegt auch noch eine. Aua, 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 aua. Ach, jetzt weiß ich, warum da steht, äh, Verdienst. Das ist also mein Verdienst bei, ähm, Minenarbeiter. Deswegen ist das so wenig und nicht alles zusammengerechnet. Jetzt hab ich das dann auch verstanden. Jetzt hab ich aber Erkunde. Okay. Könntest du Licht machen, bitte? Ich mach Licht. Mhm. Ein bisschen, äh, schneller, bitte. Weil das ist arg dunkel. Man sieht wirklich gar nichts. Und das ist sehr, sehr, äh, nervig zwischendrin. Ja, ist doch schön. So haben wir jetzt ein paar Sachen gefarmt. Jetzt wollen wir uns noch was zu essen. Gehen wir dann erstmal zurück ins Hotel? Ja. Oder wie machen wir das? Du wolltest noch, ähm, Dings haben. Leben. Sollen wir da noch nachgucken gehen? Nach ein paar Blumen. Ja, komm, wir machen. Ich glaub zwar nicht, dass wir das Hotelzimmer so toll einrichten müssen. Ich will's aber, denn ich will da für immer wohnen. Okay. Könntest du bitte die Fackel erst setzen und dann die andere wegmachen? Das tut mir leid. Das stört mich ganz, ganz arg. Moment mal. Das find ich, ach, ich find nichts schlimmer in Minecraft, wie wenn's dunkel ist. Du bist ja schon viel, viel weiter. Ja. Ich glaub, das mit den Fackeln solltest du lieber machen. Du solltest, musst jetzt auch gleich buddeln, denn meine Hacke ist gleich hinüber. Zum Glück ist der Partner nicht zur Hand. Stell dir vor, wir buddeln jetzt den ganzen Zeit nur nach oben. Oh, das ist ja auch eine kleine Strecke, aber es geht eigentlich, find ich. Okay, äh, Spinner. Ich halt mein Schwert schon bereit. Hast du eine Schaffel? Nein, hab ich nicht. Ich aber. Ich nicht. Hä? Warum ist die... Ich hör Zombies. Hm, okay. So, ah, guck mal, hier sind schon Schweine. Ah, da ist voll die schöne Blume. Oh, Lenya tötet Schweine. Ja, auch sowas gibt es ab und zu. Ja. Noch kann ich nicht anders überleben. Ich auch nicht. Schweine. Naja, man könnte vielleicht schon anders überleben, aber... Nein, die arme Kuh. Im Skyplot müssen wir ja auch Tiere töten, das geht ja auch nicht anders, sonst kommen wir ja nicht an Leder. Leider, ja. Ja, aber so ist Minecraft halt einfach, ne? Aber ich hab immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich das mache. Aber man braucht das doch in Minecraft halt. Du bist schon wieder ganz viel weiter als ich. Trotzdem hab ich ein schlechtes Gewissen bei sowas. Tried? Ich hab dich verloren. Du, das musst du mir sagen, ich ignoriere den Chat. Und zwar ganz, äh, ganz, ähm, gewollt. Ich werd den ausschalten. Gucken, dass ich nur Anfragen kriege oder irgendwas, weil ich muss ganz ehrlich sagen, das, äh, muss ich mir nicht geben. Blödes Gelaber im Chat, hab ich keinen Bock drauf. Ich hab auch schon, äh... Kinderkram da. Ich hab auch schon, wie heißt, ähm, Kaktüsse, um die dann in den Blumentöpfe zu packen. Was sind die jetzt her? Farmwelt. Ach ja, du warst ja unterwegs. Oh, eine Orchidee, die nehm ich mit. Glau, die find ich auch voll schön, die nehm ich auch schon die ganze Zeit mit. Ich hab, ja, ja, Perfekto. Was denn? Hast du was an Lehm? Ich hab nicht mal ne Schaufel. Ich muss mir erstmal ne Schaufel machen. Ich hab Lehm gefunden. Ich mach mir mal eben ne Schaufel. Dann kann ich mir nachher oder gleich sogar noch, wenn wir... Oder auch nicht. Doch, dann. Ich hab doch noch... Wenn wir jetzt gleich noch ins Ding gehen, ins Hotel, was cool wäre, könnte ich das braten und dann halt... Ja. Ja, deswegen gehen wir jetzt auch gleich ins Hotel. Weil das will ich nämlich auch nur meine Sachen fertig machen. Zum Glück. Hä? Wenn du auch ein bisschen Blumentöpfe haben willst, kannst du Bescheid sagen. Ich hab hier auch Lehm gefunden. Echt? Ja. Cool. So viel braucht man ja Gott sei Dank für Dings, nicht? Ich hab schon über ein Steck. Mhm. Ich hab ein Steck 60, um genau zu sein. Schwein, es tut mir so leid. Oh, guck mal, da ist ein roter Pilz. Wie Pils? Da könnte man sich Pilsuppe machen. Cool. Ich find braune Pilsüttiger. Ich hab echt nix mehr zu essen. Geht rohes Fleisch. Kann man rohes Fleisch... Ja, aber das vergiftet dich. Äh, nee. Mich hat's jetzt nicht vergiftet. Echt nicht? Also vielleicht bei Schweinefleisch ein bisschen was anderes. Bei, ähm... Dings hat man das ganz schnell. Coolfleisch? Ähm... Schafel? Schafel? Bäh. Bäh. Hühner. Bei Hühner? Ja. Ich hab nur irgendwie keine braunen Pilze. Äh, hey. Da kommt die einfach daher. Und holt sich meinen Pilz. Äh... Und dann willst du nicht teilen, wenn du irgendwie Eisen hast oder sowas. Hä? Äh... Ja, ja. Nicht teilen wollen, aber mir mein Zeug wegnehmen. Das ist nicht fair. Ich hab für dich eine Hacke spendiert und... Ich hab dir ein Schwert spendiert. Also von wegen nicht teilen. Ja, ja. Aber auch nur, weil ich mich beschwert hab. Äh, Pferde! Echt? Pferde! Ich wünschte, die kann man mitnehmen. Ja, noch nicht. Obwohl, kann man die überhaupt mitnehmen? Nee, in die Bauwelt kann man die nicht mitnehmen. Ich muss dich töten. Wen? Ein Pferd? Du kannst doch kein Pferd töten. Da hast du doch nichts von. Aber ich... Ich beschütze die Pferde, denn da kam... Kam grad zum. Okay. Hallo Pferd. Hallo Pferd. Hallo noch Pferd. Hallo noch Pferd. Du bist wieder ganz woanders, wo ich bin. Du gibst mir bitte Essen. Danke. Wie viel hab ich denn jetzt? Ah, das reicht. Da brauch ich jetzt nicht noch mehr. Ich hab kein Essen. Also wirklich... Nian, da. Nix. Aha. Ich mach ein kleines Hochbeet. In meinem... Ding. Das hab ich auch vor. Hab ja auch grad gedacht. Mit Weizen und dann kann man dann mal Brot machen. Genau. Ich mach mir einfach ein Beet. Aber ich will keinen Weizen. Vielleicht könnten wir noch mal schnell ein bisschen laufen und gucken... Ach so. So essen. Ob wir Kartoffeln irgendwo finden. Wie finden wir die denn? In einem Dorf. Wo bist du denn? Äh, keine Ahnung. Also ich bin bei den Pferden. Ich bin auch bei Pferden. Ich hab ein Dorf. Ich hab ein Dorf. Okay, ich... Anfrage. Warte kurz. Ich musste Milch räuspern. Das ist unfair. Oh, Porzellansternchen. Oh, wie süß. Mein Inventar ist sowas für ein Fall. Ich nehm alles jetzt mit, was hier einfach... Ja, aber lass mir bitte auch ein bisschen was, ja? Jeder zwei Felder, oder? Ich will eigentlich, äh... Will ich Kartoffeln, aber das sieht schon sehr abgeerntet aus hier. Da ist schon nix mehr mit Kartoffeln holen. Schade. Leider. Ich hab, äh, wenigstens Karotten. Wollen wir da noch ein bisschen weiter? Gucken wir mal, ob es hier noch irgendwas gibt. Ne, hier gibt's nix mehr zu holen. Aber man kann ja nach einer Miene gucken. Nach einer Schmiede meinte ich. Die ist schon leer. Hier sind die Felder leer, da ist die Schmiede auch leer. Lass uns doch einfach nur weiterlaufen. Ja, okay, warte. Ich guck nur noch was. So. Ich hab voll die Lichtbugs. Das ist voll übel. Das ist ätzend, ne? Aber, naja, wo bist denn du jetzt? Hinter dir. Oh man, Moment. Ey, das ist echt übel gerade. Es ist so heiß heute. Das sind die, ähm, Pollen. Sollte mich nicht so viel draußen rumtreiben. So. Ja, genau. Achso, ich kann ja nix mehr mitnehmen. Ich muss jetzt mal eben kurz gucken, wie ich noch irgendwas mitgenommen kriege. Den brauch ich ja nicht. Den brauch ich auch nicht. Das nehm ich mir. Ich brauch Essen. Ah, Karotten. Toll. Davon esse ich nur zwei, damit ich eine anpflanzen kann. Kann ich auch eine haben? Okay. Ich such mir ein neues drauf. Machen wir hier. Nein, ist schon gut. Ich mach mir jetzt Pilzsuppen. Okay. Dann hab ich wenigstens auch die Pilze aus dem Inventar. Ja, das ist schon nicht schlecht, ne? Ich töte noch ein paar Schweine, äh, Hühner. Das war doch so und dann so, oder? Ach, toll. Aber da kann ich auch gar nicht viele von mitnehmen. Ach, das ist doch ätzend. Ich hab noch fast volles Erstguck. Was hast du? Ich hab noch ein bisschen Platz. Züchter. Warum Züchter? Kann ich nicht ins Hotel gehen und ich komm gleich wieder zu dir? Kann man, glaub ich, schon machen. Dann musst du in die Farm, Wert 4. Kannst du mal eben schnell... Oh, über 40, geil. Ja, ich hab auch 39. Kannst du mal kurz kommen, bitte? Und hier meine Pilze einsammeln, die jetzt hier rumliegen. Ich stelle dir eine Anfrage, denn ich weiß nicht, wo du bist. So. Dann geh ich mal eben zurück. Was ist Spawn, geb ich ein, ne? Ja. Ja, das hat gut funktioniert. Ich komm dann gleich wieder. So, Kiste. Irgendwo ist hier ein Zombie. Ich guck mit Optifine. So, äh, rote Pilze hab ich bei dir liegen lassen, ja? Ja. Und wenn ich hätte auch noch ein paar. Na, das sollte ich dann ja mitnehmen. Ich sollte ja was essen können, ne? Äh, so. Ich komm dann wieder zu dir. Äh, ja. TPA, warte. TPA, X, unter Strich. Und dann einfach nur Edge. Genau. Äh, nee. Den darf ich im Hotelzimmer nicht benutzen. Dann guck ich mal, ob ich den hier draußen benutzen darf. Ja. Kannst du das annehmen? Dankeschön. Du musst nur hochschwimmen. Ich bin im Wasser. Ja. Ah, da sind meine Sachen. Gut. Ich bin ein Schaufler. So, dann, ähm, ja, sollten wir rennen. Warum? Ich hab nur noch zwei Herzen. Ja, wir sollten, äh, gehen, weil, äh, Es wird Nacht. Entweder wollen wir noch nennen. Es wird Nacht. Ja, wollen wir noch nennen. Wollen wir noch nennen? Oder wir gehen jetzt, äh, zurück ins Hotel dann. Komplett. Wir, wir, mir, wer, beides. Äh, gut, dann, da war ein Skelett. Ich lauf einfach. Ja, lauf, lauf, lauf. Ah, na toll, ein Herz, danach. Dann ess doch was. Ich hab immer mehr. Hier. Gib mir mal meine Pilze wieder. Danke. Gib's mir die leere Schüssel. Werf die mal so hin, dass ich sie einsammel. Die sammelst du an. Bitteschön. Danke. So, weiter geht's. Wir sind ein Erkunderkart im Moment. Ja. Das kommt schon hin. Oh Gott, ist das hier dunkel. Eine Blume. So. So. Wir sind am Ende der Farbenwelt. Also, die sind ja nicht groß, oder? So. Ah, ah, ah. Oh, ein Zoll, ein Psycho. Ich treff die nicht mal. Was willst du, hä? Was willst du? Hallo, ich hab ihn mal. Ich bin, ich bin gleich weg. Ich bin weg. Na toll. Ich tippe mich schnell zu dir. Nein, geht ja nicht. Das geht nicht. Tja. Das ist toll. Ja. Eine zweite Chance. Yay. So, wo bist du? Ich bin irgendwo im Dings. Im Sumpf. Ja. Okay, das ist gut. Dann, äh, komm ich zu dir. Sumpf ist gut, da waren wir. Aber auch mit ein bisschen Strand. Wir müssen eigentlich nur am Ende der Map, äh, rumlaufen. Da drüben waren wir irgendwo. Oder? Da bin ich mir ziemlich sicher. Nee. Warte mal. Nee, in die Richtung. Letzter Todespunkt. Teleportieren. Hast, wird der dir angezeigt? Der Todespunkt? Bei mir schon. Und, äh, wie weit ist der weg? Also, ich hab hier aber mehrere. Ja. Aber der letzte. Der ganz letzte. Wo steht das denn? Na, unter letztem Todespunkt. Der da? Den musst du dir halt anzeigen lassen. So, ich hab den letzten Tipps gemacht. Ey, wir müssen ein Stück laufen. Ja, wie? Kannst du mir bitte eine Zahl sagen? Du machst mich wahnsinnig. Äh, 2200. Das schaffen wir nicht. Da sind unsere Sachen weg. Die haben wir verloren. Ach. Ja. Ähm, dann würde ich sagen, gehen wir doch zurück ins Hotelzimmer und gucken mal, was wir jetzt noch alles da haben. Und machen dann aus den Sachen irgendwas. Okay? Ja. Gut. Das ist blöd gelaufen. Das ist wirklich, äh, doof. Aber, ähm, okay. Hätte sich nur einer rausgehalten. Ich wollte ja. Erst dir helfen und dann kam dieses blöde Skelett und hat mal auf mich geschossen. Langsam reicht's. Ach, ich find das witzig. So. Ja, du hattest auch nicht, äh, Lehm, was du haben wolltest. Ach so. Du hast auch nicht alles voller Eisen. Also, ich hab Lehm. Hab ich kein Problem mit. Kann ich dir ein bisschen was geben? Yay. Wenigstens das. Was brauchst du denn? Lehm. Lehm. Nur Lehm oder? Ein bisschen essen wir auch nicht. Essen hab ich nicht. Mach ich jetzt gerade erst. Ich geh jetzt auch in mein Hotelzimmer. Ich hab schon viel mehr als du. Also, ne? Geändert. Ja, ich hab ja noch gar nichts gemacht. Aber das werde ich jetzt die nächsten Tage nachholen. So, ähm, was, was möchtest du denn haben? Was brauchst du denn? Lehm. Mhm. Ein, zwei Blumen. Und. Ja, mehr brauch ich im Moment nicht. Mehr brauch ich nicht. Hast du irgendwas, was wir hier anpflanzen können? Da hast du Samen oder sowas mit? Ne, ne? Auch nicht. Ich hab eine Samen. So, lass uns mal im draußen treffen. Im Hotel. Genau. So, guck mal. Da hab ich deine Sachen. Perfekt. Gut. Tschüss. Und das Lehm. Ach, den hätte ich jetzt vergessen. Bitte. Danke. Du bist ein, du wohnst einfach unter mir. Unter dir? Ne, über, doch, unter mir. Ja, ja, hast recht. Du bist nicht größer. Also, ich hätte jetzt auch was zu essen. Jetzt? Mhm. Lecker. Ich mach mir aber auch jetzt was. Obwohl, ich hab nix mal. Nein, ich hab hier nix. Gut, dann lass uns doch gleich nochmal vorne treffen. Dann bring ich dir noch ein bisschen was. Ja, das wär... Und dann können wir auch den Part beenden. Mit voll viel Zeug, was wir gesammelt haben und dann doch nicht mehr haben. Ja. Ist derjenige weg? Hä? Hier war grad jemand. Ist der weg? Ja, der ist weg. Bitte. Was war das? Das war ein LKW, der gehubt hat. Ich geh nach kurz in mein Zimmer. Mhm. Und mach mir einen Blumentopf. Ja, ich, ähm, ja. Ich würde sagen, wir beenden dann jetzt... Ach nee, warte, halt, nein. Wir beenden gar nix. Wir holen erst unser Geld. Unser Geld, ja. Unser Geld. Ne? Ne? Aua. Sie schlägt mich. Ja, nur ein bisschen. Von wegen... Äh, klicke ich hier, um deinen Verdienst einzufordern. Danke. Farmer. Und jetzt müssen wir zu allen hinlaufen, ne? Das finde ich irgendwie... Warum kann man nicht, äh, eine Sammelstelle machen? Ich meine, ich finde das, äh, finde das System gut. Mir gefällt das. Jetzt habe ich gleich wieder über 40. Das ist gut. Ähm, Verdienst abholen. Schaufler. Danke. Ach, ich finde das toll. Ach, dann kann ich gleich nochmal ins Casino gehen und mein Geld ausgeben. Komm, das machen wir noch. Ist egal. Ich versuche, äh, bis zum nächsten Part auf jeden Fall noch ein bisschen was zu fahren. Ja, ich bin jetzt wieder über 50. Äh, wollen wir beide nochmal unser Glück da versuchen? Bei welchem ist die Frage? Bei dem teuren? Ja, Jäger dürfte doch heute auch was sein. Ja, weil. Und das war's, oder? Und wie viel Geld hast du? Ähm, 85. Ach, Züchter nicht. Züchter muss ich auch nicht. Nur Angler nicht. Das ist egal. Da habe ich nichts. Ah, was? Ich habe gerade mal 60. Okay, ich habe auch was verloren. Also, das blöde Casino. So, treffen wir uns am Casino? Ah, du bist schon da. Komm mit. Aber nicht das hier. Wie, das hier? Nicht das hier. Nicht das hier. Es gibt ja nur das. Nein, es gibt doch das hier. Da weiß ich nicht, was das ist. Probier doch mal. 25 Dollar. Probier du, du hast mehr. Da hat gerade irgendwer 15 Dollar. Versuch du da eins. Na gut, okay. Ich hebel mal. Das ist jetzt was? Oh. Also, pass auf. Das hat mich 75 Dollar gekostet. Mhm. Ja. Erfolgfrei geschaltet Suchtgefahr. Und ich habe 50, äh, gewonnen. Okay. Das ist ja... Das ist ja cool. Das kostet 75. Das ist, äh, nicht gut einsehbar, muss ich sagen. Und das hier kostet 50, ja? Ja. Ach, komm her. Und jetzt? Mach nochmal hoch. Ach so. Du hast zu wenig Geld. Jackpot. Das ist nur 19. Von wegen 50. Ja, ich habe ja gerade gemacht gehabt, aber... Ähm, okay. Da kriegt man dann gar nichts, ja? Anscheinend. Anscheinend kriegt man dann gar nichts. Okay. Ja, du kriegst nur Geld. Okay. Und dann habe ich hier einmal Jackpot. 15 Prozent, 15 Prozent. Warum auch immer 15 Prozent, das verstehe ich nicht, aber okay. Haha. Okay. Ähm, gut. Oh Mann. Da hört man ja arm. Oh Gott. Oh Gott, ich muss jetzt... Ich muss farben gehen. Ich muss farben gehen. Tschüss, Leute. Ich muss farben gehen, denn, äh, ich muss absolut, äh, suchten und so weiter. Na gut, okay. Ich würde sagen, ähm, wir beenden jetzt erstmal den Part. Emi, wir gehen farben. Ich muss, äh, ins Casino. Nein. Genau. Also, wir beenden jetzt an dieser Stelle den Part. Ihr könnt gerne liken, kommentieren und teilen, wenn ihr das möchtet. Und seid dann im nächsten Part wieder mit dabei. Also, bis denn. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020